Wir sind in unserer Serie Verändert Leben unterwegs, wie ihr hierhin auch seht. Wie gesagt, ich habe es letzten Sonntag schon kurz angetönt. Die grünen Schilder kennt man, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Und je nachdem, in die Richtung, in die man gehen will, stellt man den Blinker oder fährt eben geradeaus. Und wir sind als Kirche in einer Serie, die heisst Verändert Leben. Und wir schauen anhand eines Briefes, die steht im Neuen Testament, den sogenannten Römerbrief, schauen wir uns an. Was heisst denn eigentlich das Evangelium von Jesus Christus für unser Leben? Wie verändert das unser Leben und wie verändert das auch unseren Alltag? Und heute haben wir das Thema Leben als Kind von Gott. Ich möchte gerade mit zwei Wahrheiten anfangen. Die erste Wahrheit ist, jeder Mensch, der auf dieser Erde ist, ist ein Geschöpf vom lebendigen Gott. Das ist die erste Wahrheit. Dich gibt es, weil Gott dich wollte. Und die zweite Wahrheit ist, jeder Mensch ist zwar ein Geschöpf von Gott, aber nicht jeder Mensch ist auch automatisch ein Kind von Gott. Das ist die zweite Wahrheit. Wo ist der Unterschied zwischen einem Geschöpf von Gott und einem Kind von Gott? Ein Kind von Gott wird man dann, wenn man zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Wenn man erkennt, dass man ohne Gott verloren ist, dass ein Leben ohne Gott gottlos ist und in diesem Leben sich viele Sachen anhäufen, die nicht gut sind. Dass der Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, wegen dem haben wir das Kreuz da vorne. Und dass er unsere Schuld vergibt. Und jeder Mensch, der sagt, Jesus, ich habe das erkannt und ich vertraue dir jetzt mein Leben an, der ist ein Kind von Gott. In der Bibel können wir folgendes lesen, ich lese euch das vor. Doch allen, die ihn, gemeint ist Jesus Christus, aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Rest, Kinder Gottes zu werden. Das ist der Unterschied zwischen einem Geschöpf und einem Kind von Gott. Millionen von Menschen auf dieser ganzen Welt können von sich aus sagen, ich bin ein Kind von Gott. Und ich weiss, viele von euch auch heute an dem Morgen dürfen das sagen, ich gehöre auch dazu, auch ich bin ein Kind von Gott. Heute am Morgen schauen wir uns zusammen an, was sich im Leben von Menschen, die sagen, ich bin ein Kind von Gott, verändert hat. Was es heisst ganz praktisch, ein Kind von Gott zu sein. Und für alle, die sagen, ich bin ein Kind von Gott, soll die Botschaft heute eine Erinnerung an das sein, was uns Gott in der Bibel zu unserem Leben als Kind von Gott sagt. Es soll uns aber auch eine Ermutigung sein. Vielleicht bist du ein Kind von Gott geworden, einmal im stillen Kämmerli und weisst vielleicht gar nicht, was du alles für Privilegien hast, das Kind von Gott. Dann soll dir das dazu dienen. Und für alle Menschen, die heute Morgen da sind und sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich ein Kind von Gott bin und sagen, nein, ich bin sicher kein Kind von Gott. Ich glaube noch nicht an Jesus. Denn wenn wir dir aufzeigen, oder du sollst hören, was für Privilegien ein Kind von Gott hat. Kannst du dir das einmal anhören und einmal überlegen, was das so mit dir macht. Anhand vom Römerbrief, Kapitel 8, schauen wir uns das an. Wenn du dein Handy mit dabei hast, Bibel-App, dann nimm doch das Handy für oder deine Bibel. Oder auf euren Stühlen hat es Zedl, dort ist der Text auch drauf. Könnt ihr dort mitlesen. Für alle, die im Livestream mit dabei sind. Unter dem Livestream hat es einen Link, wo du auf die Predigtnotizen kommst, wo du gerade schön mitlesen kannst. Anhand von dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14 und folgend, schauen wir uns jetzt fünf atemberaubende Privilegien an, die Kinder von Gott haben, die Kinder von Gott besitzen. Das erste Privileg ist, Kinder von Gott leben nicht mehr allein, sondern sie leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Lass uns hier Vers 14 einmal lesen. Alle, die sich vom Gottesgeist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Und Schlüsselwort sind da leitenloh. Allen, die sich vom Gottesgeist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Das heisst, Kinder von Gott sind nicht mehr auf sich allein gestellt. Ich möchte das symbolisieren mit dem Bild, das ich heute Morgen mitgebracht habe. Das Bild eines Labyrinths. Jeder Mensch, der auf die Erde kommt und das Leben quasi vor sich hat, steht wie ein Stück weit vor so einem Labyrinth. Oder? Wie der Mann jetzt hier kratzt sich am Kopf und überlegt sich, wo eigentlich der Weg genau durchgeht. Er steht sogar ein bisschen erhöht und überlegt sich, wo eigentlich mein Lebensweg genau durchgeht. Unser Leben ist ein Stück weit wie so ein Labyrinth. Jeder Mensch, der geboren wird, steht am Eingang. Und jeder Mensch versucht irgendwie, sein Leben durch das Labyrinth zu bringen, in der Hoffnung, es kommt am Schluss gut raus. Und man lässt sich ja so von den verschiedensten Sachen durch das Labyrinth leiten. Zum Beispiel, ich beobachte, wie es andere machen. Wie leben die ihr Leben? Wie gehen denn die vorwärts? Oder wir lassen uns leiten von den Werten dieser Gesellschaft und sagen vielleicht, aha, so wie es das ist, das könnte vielleicht richtig sein oder nicht. Wir werden von unseren Prägungen geleitet, die uns mitgegeben worden sind, auch von unseren Herkunftsfamilien her. Die können uns auch dort durch so eine Wegweisung sein. Manchmal ist es auch einfach die eigene Meinung, wo man findet, da glaube ich und zu diesem stande ich und das bringt mich schon irgendwie ans Ziel. Und so versucht jeder Mensch, egal was auch immer, er so für Weg, wie es er nimmt, versucht er, einen Weg durch das Lebenslabyrinth durchzufinden. Aber letztlich ist er auf sich allein gestellt. Manchmal landet man dann in einer Sackgasse hinein und weiss nicht mehr, wie es weitergeht. Viele Menschen machen sich oft voller Euphorie auf den Weg und erleben eben, wie gesagt, dass sie oft auch anstehen. Es geht nicht weiter. Ich weiss nicht, in was für einer Lebenssituation du gerade bist, aber vielleicht erlebst du das genau gerade jetzt. Dass du dich mit voller Euphorie aufgemacht hast und jetzt in einer Sackgasse hinein bist und du weisst nicht mehr, wie es weitergeht. Ich möchte dazu auch sagen, manchmal kommt man auch als Kind von Gott in eine Sackgasse hinein. Und man weiss auch dann nicht mehr, wie es weitergeht, dass wir uns richtig verstehen. Wo ist aber der Unterschied? Die gute Nachricht ist, ein Kind von Gott ist nicht auf sich allein gestellt. Sondern ein Kind von Gott kann auf die Führung des Heiligen Geistes zählen. Es ist der lebendige und allmächtige und allwissende Gott, der seine Kinder an die Hand nimmt und sie durchführt. Manchmal auch wieder von einer Sackgasse weg und wieder einen anderen Weg führt. Gott leitet die Kinder von Gott durch seinen Heiligen Geist. Und weil Gott allwissend ist, ist es das Beste, was wir machen können, uns als Kind von Gott immer wieder seiner Führung anzuvertrauen. Weil er weiss, wo der Weg durchgeht. Wir sehen nicht, was nächste Minute ist. Gott sieht unser ganzes Leben, das können wir in der Bibel lesen. Wie gut ist das denn? Wie leitet uns der Heilige Geist? Ich möchte auch gar nicht zu viel dazu sagen, weil vor den Sommerferien haben wir eine ganze Serie zum Thema Heiligen Geist gemacht. Und ein Sonntag ist es um das Thema gegangen, wie er uns leitet. Also geh am besten auf unseren YouTube-Kanal von unserer Kirche FG Buchs und schau dir die Predigt an. Dort eine ganze Predigt zu dem Thema, wie er uns leitet. Etwas möchte ich erwähnen, eines von seinen Hauptleitungsinstrumenten ist und bleibt die Bibel. Viele Menschen erwarten die Leitung von Gott und durch seinen Heiligen Geist und schlönen nie Bibeln auf. Oder fast nie. Aber das Hauptleitungsinstrument ist die Bibel, die Gott uns führt. Und er leitet uns in ganz persönliche Fragen. Was soll man für einen Beruf wählen? Ist ein Berufwechsel dran? In unseren alltäglichen Situationen, ist es dran, zu heiraten oder nicht? Oder was ist, Jesus ist jetzt immer pensioniert? Was ist denn die nächste Wegstrecke? Und so kann ich als Kind von Gott ihn in meinen ganzen Alltag mit hineinnehmen. Er leitet uns aber auch als Kind von Gott, wenn es um seine Kirche geht. Kirche ist nicht ein Gebäude, sondern Kirche sind Menschen, die zusammenkommen als grosse Familie. Und dann kann er mich leiten und sagen, wie kann ich ein Teil dieser grossen Kirche werden? Wie kann ich mich investieren? Welche Gaben und Fähigkeiten hat er mir gegeben? Und so leitet mich der Heilige Geist. Und er leitet uns als Kind von Gott auch auf Menschen zu, die eben noch keine Kinder von Gott sind. Und er sagt, ich möchte dich brauchen, damit noch andere Menschen dich kennenlernen. So kann er uns auf ganz verschiedenste Art und Weise leiten. Im Epheserbrief im Neuen Testament schreibt der Apostel Paulus, das ist der gleiche Autor wie der, der den Römerbrief geschrieben hat, folgendes. Früher gehörte dir zur Finsternis, doch jetzt gehörte dir durch den Herrn zum Licht. Lebt nun als Menschen des Lichts. Lebt nun als Menschen des Lichts. Gemeint ist, Leben unter der Führung des Heiligen Geistes sind nicht mehr auf euch eingestellt, sondern ihr habt den Heiligen Geist, den euch leitet. Und wenn du jetzt gerade in so einer Sackgasse bist und bei einer Entscheidung stehst, die du nicht weiter weisst, dann frag Gott. Sag Jesus, was hast du jetzt bereit für mich? Das zweite Privileg als Kind von Gott ist, Kinder von Gott dürfen Gott Papa sagen. Wir haben ja vorhin gerade das Lied gesungen. So ein guter Vater, das bist du. Ein Geschöpf von Gott kann das nicht singen. Warum? Weil er nicht weiss, wie der Gott als Vater ist. Das können nur Kinder von Gott singen. Du bist ein guter Papa. Im Römer 8,15 können wir folgendes lesen. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Tösten gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Durch den Heiligen Geist, der in unser Leben reinkommt, wenn wir an Jesus Christus glauben, zeigt uns der Heilige Geist, dass Gott nicht mehr einfach Gott ist, sondern Gott jetzt zu unserem Papa wird, zu unserem Vater wird. Und dann können wir sagen, Gott, du bist nicht mehr Gott, sondern du bist jetzt mein Papa. Du bist mein Vater. Also Beziehung zu Gott hat sich verändert, wenn man ein Kind von Gott wird. Und das Spannende ist, dass da ein aramäisches Wort steht. Apa. Das Neue Testament ist griechisch geschrieben. Wieso steht da ein aramäisches Wort? Jesus hat aramäisch geredet. Und immer wenn Jesus gebetet hat, hat er gesagt, Abba, Vater. Und Abba heisst nichts anderes, als das ist die persönlichste Anrede, die du kannst nennen, nämlich Papi. Mein Papi. Immer wenn Jesus gebetet hat, hat er so mit Gott geredet. Das heisst, als Kind von Gott darf ich Gott genau gleich nennen wie Jesus Christus. Und kann sagen, Papa. Und das wird so nahe. Es wird die persönliche Beziehung, die Jesus zu Gott gab, die haben auch wir als Kind von Gott. Und das wissen wir oft auch Ihnen, aber weiss ich es auch in meinem Herz. Weil die, das Privileg, das verändert doch auch unsere Beziehung jetzt zu Gott. Es verändert auch die Art und Weise, wie wir beten, ich muss nicht mehr irgendwie sagen, oh, gehört mich Gott nicht jetzt oder nicht und welches Anliegen darf ich ihn jetzt bringen oder nicht. Sondern, weil er mein Papa ist, kennt er mich durch und durch. Und weil er mein Papa ist, will er, dass ich ihm auch alles sagen kann. Dass ich offen und ehrlich mit ihm jetzt kommunizieren kann und kann sagen, schau, das ist meine Situation. Ich kann ein vertrauensvolles Gespräch mit ihm führen und kann all meine Anliegen als sein Kind zu ihm bringen. Das ist doch bahnbrechend. Papa. Das kann nicht jeder Mensch. Das können nur Kinder von Gott sagen. Und warum ist das so ein riesen Privileg? Schau, es ist nicht normal, dass man Gott Papa darf sagen. Spannend ist, dass es hier eine Aussage gibt, hier heisst es, sondern, dass wir nicht von Neuem in Angst und Furcht müssten leben. als Kind von Gott müssen wir nicht mehr in Angst und Furcht leben. Wer muss denn in Angst und Furcht leben? Das stelle ich mir in der Frage. Und die Bibel sagt uns Folgendes, dass der Gott, den man als Kind von Gott darf Papa nennen, ein heiliger, vollkommener, ein majestätischer, ein reiner und ewiger Gott ist. Das wird uns im Alten Testament immer und immer wieder vor Augen geführt. Er ist ein gerechter Gott, der über die Welt ein gerechtes Urteil fällen wird. Und er ist ein gerechter Gott, der über das Leben von jedem Menschen ein gerechtes Urteil fällen wird. Und spannend ist jetzt, Menschen, die nicht Kinder von Gott sind, die müssen Angst haben und die müssen sich fürchten, sagt uns die Bibel. Warum? Weil sie irgendwann vor der allmächtigen, gerechten, reinen Gott werden zu retten. Und die Bibel nennt Menschen, die nicht Kinder von Gott sind, finden von Gott. Im gleichen Kapitel innen redet Paulus über das. Also die müssen Angst haben, vor dem Tag, wenn sie mal vor Gott werden zu retten. Aber bei Kindern von Gott ist das anders, weil die Kinder von Gott haben Vergebung bekommen. Die Kinder von Gott haben erlebt, dass sie von sich aus nicht so leben können, wie es Gott will. Die Kinder von Gott haben erlebt, dass der Gott der Papa ist, der mich durchs Leben führt. und ich weiss, das ist eine messerscharfe Wahrheit, aber über das spricht Jesus selber. Und wenn Jesus darüber spricht, finde ich, ist es gut, wenn auch wir darüber nachdenken. Und meine Frage ist, stand heute, als wer wirst du mal vor Gott erscheinen? Als Geschöpf von Gott oder als sein Kind? Wie gesagt, wenn wir kein Kind von Gott sind, müssen wir zittern, wenn wir auf den Tag hinschauen. Und jeder von uns wird einmal vor dem heiligen und gerechten Gott stehen. Und Gott wird dann sagen, wenn wir nicht seine Kinder sind, sagt er, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht, geh weg von mir. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Und wenn ich als Kind vor Gott komme, dann kann ich Frieden haben. Ich muss mich nicht fürchten. Warum? Weil Gott mein Papa geworden ist durch die Vergebung und durch den Glauben an Jesus Christus. Und dann stand ich vor Gott und er sagt, hey, herzlich willkommen. Du bist mein Kind und ich kann sagen, Papa. Und er verurteilt mich nicht mehr, weil Jesus meine ganze Verurteilung getragen hat. Wisst ihr noch, was wir es letzten Sonntag hatten? Es gibt keine Verurteilung mehr. Für alle, die an Jesus Christus glauben, ich will dir das nochmal zusprechen. Es gibt keine Verurteilung mehr. Heute Morgen hat mir jemand bei der Begrüssung das gesagt, denk dran, es gibt keine Verurteilung mehr. Was für ein wunderbarer Gruss. Als Kind von Gott dürfen wir Gott nahe sein, schon jetzt, aber auch dann einmal in der Ewigkeit hinein. Und Gott wird uns an seine Kinder willkommen heissen. Verstehen ihr diese Dimension? Kinder von Gott dürfen ihm Papa sagen. Das ist ein riesen Privileg. Das dritte Privileg ist, Kinder von Gott wissen, dass sie Gottes Kind sind. So einfach ist das. Sie kennen ihre Identität. Vers 16. Ja, der Geist, der Heilige Geist selbst, bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes schenkt uns eine innere Gewissheit, dass wir Gottes Kind sind. Als Kind von Gott hat man manchmal verschiedene Indizien, wo man weiss und glaubt, ich bin ein Kind von Gott. Das heisst zum Beispiel, wenn du merkst, ich Gott vertraue, dann kann das Indiz dafür sein, dass du schon ein Kind von Gott bist. Oder wenn sie es in der Bibel schwarz auf weiss lesen, Gott durch Jesus Christus. Manchmal sehen wir auch, wie sich unser Leben verändert und wir müssen sagen, das ist schon noch speziell. Wie sich mein Charakter verändert, das kann ich nicht selber machen. Das kann ein Indiz dafür sein, dass wir Gottes Kind sind. Aber da steht, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist selber Gewissheit gibt. Gottes Geist bezeugt zu meiner Identität. Du bist ein Kind von Gott. Oft erleben wir, dass Zweifel sich in unserem Leben melden. Gerade auch, was unsere Identität angeht. Zweifel, die kommen, wenn uns wieder ein Fehler passiert ist. Und wir sagen, bin ich wirklich ein Kind von Gott? Vielleicht kennst du das auch. Oder Zweifel, wenn wir Gottes Stimme nicht hören, obwohl wir uns nach Gott ausrichten und sagen, Papa, melde dich doch bei mir. Wo bist du dran? Und dann kommen Sein Kind oder lässt er mich im Stich? Oder wenn wir einfach seine Führung nicht erleben, wie wir es gerne hätten. Aber schau, Gott gibt uns durch seinen Heiligen Geist ganz klar Gewissheit. Er bezeugt es in uns hin, dass wir seine Kinder sind. Und wie macht er das? Es ist nur schwer in Wort zu fassen, ganz ehrlich. Ich möchte es so beschreiben. Er kann dir in Situationen übernatürlichen Frieden geben, den du nicht machen kannst. Das kann so eine Liebe sein, wo man merkt, wow, die hüllt mich jetzt gerade ein. Das kann nur von Gott sein. Auch beim Beten, wenn man mit Gott zusammen ist, kann das eine ganze Geborgenheit da sein, die du selber nicht machen kannst. Das können bewusste Bezüge von Gottes Heilig und Geist sein, dass wir seine Kinder sind. Wir brauchen das immer wieder neu. Und wenn du da bist und sagst, ich habe das schon lange nicht erfahren, Gott ist unser Papa, dann sage Gott, begegnet du mir Papa, begegnet du mir wieder mal so, bezeugt du es wieder mehr in mir. Ich brauche es gerade jetzt. Und als guter Papa wieder auf das losen. Das vierte Privileg ist noch, Kinder von Gott sind reich beschenkt. Ich möchte euch drei Personen vorstellen. Die erste ist der Chef. Der Chef ist der Firmenchef von Amazon. Der Chef ist der reichste Mensch auf der ganzen Welt mit einem Vermögen von 207 Milliarden Dollar. Das ist der Chef. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen zum Chef. Wir können ja bei uns in der Schweiz bleiben, nämlich zu Gianluigi und Raffaella. Das sind die zwei hier, die Freude am Leben haben. Sie sind die reichsten Schweizer mit einem Vermögen von rund 10 Milliarden. Ihr Vermögen ist in Dollar 10 Milliarden Dollar. Lassen wir das Bild schnell stehen. Ich weiss nicht, wie es dir gerade geht im Moment, aber wie oft schauen wir auch ein bisschen neidisch auf diese Leute und wünschen uns eigentlich insgeheim schon auch ein bisschen mehr zu besitzen als das, was wir haben. Vielleicht nicht gerade 200 Milliarden, nehmt man auch, oder? Aber ich möchte euch Folgendes sagen, jetzt kann das Bild wieder wegnehmen, bevor der Nied an uns fängt an an sage, habe ich eine fantastische Neuigkeit für dich. Und die Neuigkeit, die sage nicht ich, sondern die sagt unseren Papa Gott in der Bibel. Kinder von Gott sind in Wahrheit die reichsten Menschen auf dieser Welt. Kinder von Gott sind die reichsten Menschen überhaupt auf dieser Welt. Römer 8, 17 heisst folgendes, wenn wir aber Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Also das heisst nichts anderes, wir erben nicht Toller, sondern wir erben die Herrlichkeit von Gott. Und was ist denn die Herrlichkeit? Das ist die ewige, unvergängliche, vollkommene, neue Welt, die auf uns wartet. Das ist eine perfekte Schöpfung. Da gibt es nur noch totale Freiheit, man kann es gar nicht beschreiben. So gross ist das Vermögen, aber es wird gewaltig sein. Warum? Weil wir mit dem lebendigen, allmächtigen Papa Gott in Ewigkeit zusammen sein. Das bringt die Herrlichkeit am schönsten zum Ausdruck. Wir dürfen in Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott sein. Die Kinder von Gott sind die reichsten Leute. Das ist eine ewige und unvergängliche neue Welt. Ich stelle dir eine Frage, willst du wirklich reich werden? Dann hör auf deine Karriere planen, damit du viel Geld verdienst. Willst du wirklich reich werden? Dann such dir nicht einen Job aus, damit du möglichst ein hoches Gehalt hast. Versteht mich richtig? Ist alles auch gut und hat seine Berechtigung. Aber wenn du wirklich reich werden willst, dann musst ein Kind von Gott werden. Und zu dem dürfen wir auch Amen sagen. Amen. Ganz genau. Wir werden mal die Herrlichkeit erben. Und das bringt uns noch zum fünften Privileg als Kind von Gott. Kind von Gott sind nicht nur die reichsten Menschen, sondern sie haben eine fantastische Zukunft. Das gehört wie zusammen. Da Paulus folgendes im Vers 18 im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das ist kein Wunschdenken, sondern das ist Realität. Gott setzt uns nicht nur als Erben ein. Wir sind jetzt schon Erben, sondern er lässt uns Teilhaber sein. Wir werden das in Empfang nehmen und als Anzahlung haben den Heiligen Geist bekommen. Kinder von Gott wissen, dass die Welt nicht alles ist. Sie wissen, das Beste kommt am Schluss. Und es ist wichtig, dass wir als Kind von Gott die Perspektive haben. Und es ist wichtig, dass wir als Kind von Gott mit dieser Perspektive, dass wir Erben sind und Herrlichkeit auf uns wartet, dass eine neue Welt wird da sein, dass wir in der Ewigen Gemeinschaft mit Gott sind. Wir brauchen das. Warum? Solange wir auf dieser Erde sind, werden wir als Kind von Gott erleben, dass das Leben auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Dass das Leben als Kind Gottes nicht einfach immer nur ein Surfen ist auf der Erfolgswelle, sondern dass es mit Kämpfen und Herausforderungen verbunden ist. Schau, als Kind von Gott erleben, dass sich Menschen aus unserem Leben verabschieden, weil sie uns als fromme und religiöse Spinner abtüren. Da gibt es zig Familien, die das schon erleben mussten. Und es geht, das Schwerk durch die Familie durch, das hat Jesus schon gesagt. Als Kind von Gott werden wir erleben, dass wir Angriff aus der unsichtbaren Welt vom Teufel erleben, der uns den Glauben absprechen, uns verunsichern, beseitigen, über das spricht die Bibel auch. Als Kind von Gott werden wir erleben, wie unser Charakter geformt wird. Und manchmal ist das schon eine herausfordernde Sache. Und als Kind von Gott werden wir erleben, dass Gebäude nicht so erhört werden, wie wir es gerne hätten. Vielleicht kennst du die Kämpfe und die Herausforderungen auch. Herzlich Willkommen in der Familie von Gott. Es ist ein Lug, und das möchte ich wenn man dir gesagt hat, als Kind von Gott wirst du keine Probleme haben. Das ist ein falsches Versprechen. Jesus hatte kein einfaches Leben und auch andere Nachfolger nicht. Aber manchmal könnte man in so Situationen zum Punkt kommen, dass man am liebsten aufgeben würde. Dass man sagt, ist es wirklich, lohnt sich es wirklich? Lohnt sich das Leben mit Jesus wirklich? Schau, ein Kind von Gott weiss, dass das Leben mit Jesus seinen Preis hat. Und wegen dem darf man nicht überrascht sein, wenn unser Weg steinig und schwer ist. Schau, der Weg ins gelobte Land ist steinig und schwer. Wenn man aufgibt und sagt, das bringt alles nicht, dann können wir das Erbe auch nicht empfangen, das wir bekommen, das Jesus verspricht. Können wir uns daran freuen, über die lebendige Gegenwart von Gott. Schau, Kinder von Gott haben eine fantastische Zukunft vor sich. Und das soll uns ermutigen, dranbleiben. Und ich weiss nicht, vielleicht bist du in dem Moment, in einer Phase, in der du dir überlegst, lohnt sich das Leben mit Jesus wirklich noch. Ich möchte jetzt gerade konkret zu dir reden. vielleicht sagst du, der Kampf lohnt sich nicht mehr. Ich spreche dir zu, bleib dran. Du bist nicht allein, sondern Gott, das Heilige Geist führt dich. Er ist in der schwachen Mächtigung. Gib nicht auf, bleib dran. Bleib dran. Es wartet eine wunderbare Zukunft. Schau, wenn wir wandern gehen, dann hat jeder den Berggipfel als Ziel. Aber der Weg dort an ist doch manchmal mühsam. Aber immer wenn man aufgibt, dann erklimmst den Gipfel nicht. Und jeder, der auf einer mühsamen Wanderung ist, sagt, es lohnt sich, warum? Weil irgendjemand wird dort oben stehen. Und genau das Bild hilft mir, auch in dieser Situation, wenn es manchmal schwierig ist, auch ein Kind von Gott. Kinder von Gott wissen, Beste kommt zum Schluss. Wegen dem lohnt es nichts, um dranbleiben. Lohnt uns das zusammen immer wieder im Auge behalten. Ich glaube, gerade als Familie von Gott, als Kind von Gott, sollen wir uns gegenseitig immer wieder zu dem ermutigen. Ich möchte beenden auf die Bühne bitten. Wir haben fünf atemberaubende Privilegien angeschaut, die wir als Kind von Gott haben. Wir haben gesehen, dass Kinder von Gott nicht mehr auf sich selber gestellt, sondern sie leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wir haben gesehen, dass man als Kind von Gott Gott Papa sagen darf. Wir haben gesehen, dass Kinder von Gott Gewissheit haben, dass sie Gottes Kind sind und Gottes Geist das auch immer wieder bezeugt. Wir haben gesehen, dass es privilegisch ein Kind von Gott sein, weil wir reich beschenkt sind. Die wahren Reichen sind wir. So gut. Wir haben gesehen, dass sie eine fantastische Zukunft haben. Und ich möchte zum Schluss zwei Fragen stellen. Die erste Frage stelle ich an dich, wenn du sagen kannst, ich bin ein Kind von Gott. Wie verändern die Wahrheiten, die wir heute Morgen miteinander angeschaut haben, dein Leben? Welche Auswirkungen haben diese Wahrheiten auf deine Beziehung mit Gott? Wir haben gehört, dass der Heilige Geist uns führt. Welche Auswirkungen hat das auf die Art und Weise, wie du als Kind von Gott Entscheidungen fällst? Wo bist du in der Versuchung immer wieder selber zu entscheiden? Und wo ist es daran, Gott ins Boot zu holen? Wir haben gehört, dass wir Gott sagen können. Wie verändert die Art und Weise deine Beziehung zu Gott, dein Gebet zu leben, wie du mit Gott reden tust? Wir haben die Gewissheit, dass wir Kinder von Gott sind, haben wir gehört, eine neue Identität. Und meine Frage ist, wie verändert die Wahrheit die Art und Weise, wie du über dich selber denkst? Kannst du von ganzem Herzen dir einen Spiegel in die Augen schauen und sagen, ich bin ein Kind von Gott, geliebt, komplett, total? Wir haben gehört, dass die Art und Weiss von Grosszügigkeit und wir haben gehört, dass wir eine Zukunft haben. Wie wirkt sich die Wahrheit auf dein Leben auf, gerade dann, wie du mit Schwierigkeiten umgehst? Wie kann dir die Wahrheit helfen, im Glauben dran zu bleiben? Ich werde jetzt nachher einen Moment der Stille haben, wo du über diese Fragen nachdenken kannst. Und mit Gott ins Gespräch kommen. Und ich möchte allen, die noch nicht sagen können, dass sie ein Kind von Gott sind, eine Frage stellen. Eine ganz simple Frage. Eine ehrliche Frage. Willst du nicht auch ein Kind von Gott werden? Nach dem, was du gehört hast? Gott wartet und sagt, ich will auch, dass du mir Papa sagen kannst. Ich habe alles gemacht am Kreuz von Golgatha. Ich bin für deine Schuld gestorben, für dein Leben ohne mich, das Leben, das Leben, bin. möchte von jetzt an mit dir leben. Die Bibel sagt uns allen, die Jesus Christus aufnahmen und an seinen Namen glaubt, dann gab das Rest, Kinder Gottes zu werden. Das ist die Zusage, die der Papa Gott für dich bereit hat. Lass uns jetzt einen Moment von der Stille haben und über die Fragen nachdenken und dann bete ich noch. bett. Lieber himmlischer Vater, lebendiger, allmächtiger Gott, Papa, wir danken dir, dass du uns nie im Unwissen lässt, sondern dass du uns deine Wahrheit gegeben hast in der Bibel. Danke für die Privilegien, die du für die Kinder von Gott bereit hast. Und danke, dass das keine leere Versprechen sind, sondern pure Wahrheit. Weil du bist die Wahrheit, Jesus, und du hast uns das gesagt. Und Jesus, du siehst auch, und so bete ich, dass du jetzt zu dreien gehst, du siehst, wo manchmal die Privilegien auch bekämpft werden in unserem Leben. Wo das manchmal im Kopf, aber noch nicht im Herz ist. So beten wir, dass du einfach das Neue, einfach die fünf Vorheiten zu einer tiefen Gewissheit werden lässt. Und dass wir in dem hinein dürfen leben und vorwärts gehen. Danke dir dafür. Danke, dass das Leben auf dieser Erde nicht alles ist, sondern das Beste am Schluss kommt. Schenk Durchhaltevermöge Jesus. Danke, lass uns da auch nicht allein. Und schenk, dass wir das Kind von Gott einfach in dem hinein dürfen leben und dürfen alles leichter leuchten. Dass andere Menschen fragen, was hast denn du für eine Hoffnung? Wieso bist du so fröhlich? Wir können ein Zeugnis geben. Jesus, ich bete für all die, die heute die Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, ich will ein Kind von Gott sein. Du hast gesagt, dass wenn du in uns in eine Wohnung nimmst, dass dein Heiliggeist in uns reinkommt. Und dass du unser Leben veränderst. Ich danke dir dafür. Zu deiner Nähe. Wir beten, dass du diese Menschen jetzt aufrichtest. Und ihnen einfach genau die Wahrheiten auch tief ins Herz hineingravierst. Zu deiner Nähe, Jesus. Danke dir dafür. Amen. Lass uns aufstehen zum nächsten Lied. Wenn dich heute Morgen etwas angesprochen hätte oder den Schluss, ich will wirklich ein Kind von Gott sein, noch festmachen willst, dann komm am Schluss des Gottesdienstes hierher. Ich möchte gerne noch mit dir beten. Jetzt singen wir das Lied. Wer bin ich, dass der König... Wer bin ich, dass der König... Wer bin ich, dass der König-Richt ist. Ich